Ich habe ein langes, blondes Haar auf Simons Schal gefunden. Und jetzt denkst du, er hätte was mit einer anderen? Ich denke, ich könnte die Affäre irgendwann akzeptieren. Eventuell. Wenn du fremdgegangen wärst und es mir nicht gesagt hättest, dann wäre das wohl der eigentliche Verrat. Ich will, dass du die Wahrheit sagst. Aber sag es, weil du Respekt hast. Es ist nicht wahr. Ich will, dass du dich nicht wahrst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020